Liebe Zuschauer, wir wünschen uns ein faires Spiel und das nicht nur auf den Rennen, sondern auch auf den Rennen. Das Abmengen von Pyrotechnik, das Abmengen von Pyrotechnik ist schon wieder im Rennen zu untersagen und es kann zum Abmengen des Spiels führen lassen, schließlich da bitte überlassen Sie sofort das Abmengen von Pyrotechnik. Nochmals der Hinweis, das Abmengen von Pyrotechnik, das Werfen von Kneikörpern ist brandgefährlich und verboten hier in der Reihe. Lauterlassen Sie sofort das Abmengen von Pyrotechnik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017